Ich könnte ihn mal innen schlagen. Ah, die interessiert ihn nicht. Ähm... Vielleicht wenn nicht. Hätte man mit Rechnen können, ja? Ach, so geht die Tür. Ich habe es eigentlich gefunden, die Kaviar-Liebüren zu stoppen. Ach so, mit Starren kann ich sehen, was ich hier... Ich habe keinen Fall. Ich glaube... Ich nehme mir den Wackenfinger und versuche es nochmal. Und dann... Dann mach ich mir zum Frühstück den Haferstamm auslassen. Schön. Ich habe schon ein Kaviar-Liebüren gefressen. Ähm... Wenn wir hier waren, Zeit zum wegkippen. Okay. Stimmt, danke... Warte, bitte. Nicht mal nicht... ...gescannt aber... Danke... ...Drew! Den Künstler kann ich nicht, äh... Ja. Du bist eine Herausforderung. Ich werde dich um... stylen. Bin ich nicht genial? Bin ich nicht genial? Er ist ja bei Figuren ein Kunstwandel. Ich werde dich um... Warte mal hin. Warte mal hin! Warte mal hin! Warte mal hin! Gut, dann ... die Klatschname. Dieses Gespräch wird anweilig, okay? Du musst eine Leere auf Einwand, die auf das Schnee meines Pinsels wartet. 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 Da, jetzt habe ich dich mit Eleganzum 3... Okay. Ja, geht ja. Weg. Das ist eine Herausforderung, ich werde dich umsteigen. Deine eigene Mütte würde dich bei einem ... ... Gegenüberstellung nicht mehr erkennen. ... ... Setz dir echt jeden nur einen Hut auf. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Und du wirst jetzt verändert. Da, jetzt hab ich dich mit dir die ganzen Reichenbildschirte. Ich muss noch einen mal finden. Wunderschönen. Wir steilen! Meins! Was denn der nähere Weinwand die auf meinem Sinus pinseln ratet. Das war Nummer 5. Es ist ein ganzes Wettbewerb. Ich habe die eigene Wettbewerb. Ich habe das eine sehr vieles Wettbewerb. Ich habe das eine sehr gute Zeit. ja ausmalen wir sollen den jungs einen auftritt ein ich werde dir ein legendäres umstyling verpassen ich werde dir ein legendäres umstyling überpassen den kannte ich übrigens noch nicht gut dann schauen wir mal ob wir damit in den klub kommen erlauben wir die tür vorher zu öffnen ich finde diese kreuzverdachte tage geht hier auf die bühne und zeigt uns was ihr könnt ihr habt die erste Prüfung gestanden? jetzt habt ihr euch und versucht euch nochmal ok schuldigung 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 Sooo. Jetzt muss mir bin ich schon weggelaufen. Oh, ich bin schon weggelaufen. Oh, ich bin schon weggelaufen. Verbeultete Sarkophag geht weg. Was ist mit dem Verbeultete Sarkophag? Ich wusste es. Ohne Sarkophag können wir die Ausstellung nicht öffnen. Schon wieder verschoben. Jetzt wird bloß noch deine Mitte. Geboxt. Ich wusste ja noch was mit ihr hier sein. Ich wusste ja noch was mit ihr hier sein. Oh, ich bin noch ein Boxer. Komm mal da! Oh, ich bin noch nicht dabei. Oh! Oh. Oh. Oh! Oh. Oh! Das war's für heute. Ich bin so schön, ich bin so schön. Ich bin so schön, ich bin so schön. Das ist schon mal. Was haben wir denn noch nicht gemacht hier? Zweimal Chaos bei der Ausstellung, viermal sabotierend. Zweimal Chaos-Lieferung, einmal von den Auftritt von den Jungs. Und... Ah... Das sind Tipps, wie ich das lösen kann. Aber der Samuel ist auch noch nicht komplett. Kapriolen... Tierstapel bereits hat der Masken-Effekt. Anker der Liebe... ...Stuart-Knallen... ...Gut eingepackt. Ah... ...Kleiner Stinker und Klatschefiguren. Ja, dann... ...heißt es jetzt für mich... Du kannst jederzeit... Also... ...Bist du sicher, dass du bereit zum Gehen bist? Ein ordentlicher Reisender würde nicht so viele Dinge unerledigt lassen. Wir wissen nicht, dass sie den Entschlossenen viele Belohnungen erwartet. Wenn du ihn möchtest, kannst du später wieder gerne um ihre Aufgabe zu erledigen. Dampfschiff angelegt... Großer Abend... ...Uhr 3... Der Baron... Es tut mir sehr leid wegen des Dampfschiffs, Baron, aber dieser Junge hat es geschafft. Ein Kind war das? Wie kommt es, dass meine Männer von einem Kind übertölpelt werden? Der ist... Er ist klein, Baron, aber hat die Macht, anderen seinen Willen auch zu zwingen. Habt ein Auge, wir sind zu Kleinzwerg. Wenn ihr ihn seht, dann schnappt ihn euch. Und dann sind wir wieder auf dem Bahnhof von... ...Was sie nicht gesehen haben. Und wieder in der Brieftaube. Charlie, ich kann es kaum erwarten, von deinem Dampfschiffsabenteuer zu hören. ...Levy. Na dann gehen wir doch mal dahin. Levi, du wirst nicht glauben, was auf dem Dampfschiff passiert ist. Und wie es hier herausgestellte ist, meine russische Verserbickel auch von Zeppelin gefangen. Charlie, jetzt zieh zum Zeppelin fertig ab, bevor du ein... bevor ein bestimmter WIP aufgetaucht ist. Und der steht eine Warteschlange auf Klageanschalter. Dann ist es sein kein weiteres Problem der Wachsend zu lösen. Charlie, nimm die Abkürzung, die ich gefunden habe. Das Dampfschiff klingt fantastisch. Ich hoffe, mein Bild wird ihm gerecht. Schöne zu lösen. Ach, feet genie. Tschöne. Knie. Ich habe keine Ahnung, wer die beiden da sein sollen. Egal. Die kenne ich, die kenne ich, oh. Drei, vier, drei, drei Figuren zu sehen, aber nicht. Guck mal, oh. Das war's, was ist das? Das war's, was? Ja, das ist das. Neue Caprion freischaltet, da du nun ein erfahrener Reiser bist, wohne im Bahnhof neue Caprion freischaltet. Du kannst sie entdecken, indem du einfach spielst und oder esk und dann im Kapslock drückst, um zum Caprion Tab zu wechseln, um eine vollständige Liste zu sehen. Dann mach ich mich größer. Komm her an der Gestütte. Ah, guten Tag mal her. Figuren einzusammeln, die ich unbedingt haben möchte. Und ich hoffe, ich bin jetzt groß genug dafür. Ja. Zugführer erschallt. Und eine Capriole gelöst. Oh, jetzt wird's zu schnell. Entschuldigung. Ich wollte schon die Dinos und Dinge nehmen. Hm. Hm. Jetzt. Aufdrängen. Kriegen. Ein wenig erleichtert. Der Knaller. Schwarze Wettbewerb. Spötter. Toiletten. Die Rede. Das Gesetz. Fiese Aufwärtssagen. Und die macht's halt.